Hallo, hier ist der Heiko von Aquanaut24. Ich möchte euch hier die Maske Frameless von Atomic Aquatics vorstellen. Die Maske Frameless von Atomic Aquatics ist eine Einglasmaske. Der Name Frameless daher, dass sie keinen Rahmen hat. Das heißt, ich kann die Maske auch entsprechend ganz flach zusammenfalten. Die besteht also nur aus Glas und einem einzigen Silikonmaskenkörper. Der Silikon ist ein sehr hochwertiges, sehr weiches Silikon. Passt sich also dem Gesicht sehr gut an. Es sitzt sehr angenehm. Es gibt die Maske mittlerweile in drei verschiedenen Größen. Eine Medium Fit, eine klassische und eine für große Gesichter. Eine ganz besondere Geschichte bei der Frameless ist das Glas. Die Atomic Masken haben alle ein sogenanntes Ultra-Clear-Glas. Das Ultra-Clear-Glas ist anders zusammengesetzt als viele andere Maskengläser. Ihr habt bei vielen Gläsern das Problem, dass ihr einen leichten Farbstich, einen leichten Grünstich im Glas habt. Das ist bei dem Ultra-Clear-Glas nicht der Fall. Das ist so ähnlich wie ein Weißabgleich beim Fotografieren. Ihr habt also echtere Farben, klarere Farben, weil das Glas eben anders zusammengesetzt ist als viele herkömmliche Gläser bei anderen Masken. Wir haben hier direkt in den Maskenkörper integriert die Masken-Schnalle, die hier ganz einfach zu bedienen ist. Zum Weitermachen einfach oben drücken, dann öffnet sich die Schnalle. Ich kann die Maske, das Maskenband entsprechend erweitern. Zum Engermachen ganz einfach am offenen Ende ziehen und schon zieht sich das Band zusammen. Es gibt die Maske in komplett schwarzem Silikon, es gibt sie in dem komplett klaren Silikon und auch mit verschiedenen Farbakzenten. Diese hier ist eher schlicht. Es gibt sie aber auch mit Pink, mit Blau, mit Lila, mit Gelb. Das war die Frameless, eine Maske von Atomic Aquatics. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Euer Heiko von Aquanaut24. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020